Ja, wollen wir mal, ne? Ja. Dann los. Die Nene, die klopft schon auf dem Tisch. So, willkommen in meinem unheuerlichen Zimmer. Ich hab den TS mal angelassen. Die Leute, die da drauf sind, müssten mich da muten. Die hören mich ja im Stream oder lassen einfach im Stream den Ton aus. Wie man sieht, ich stehe. Ich weiß nicht, wie gut man mich hört übers Mikro. Ich stehe ein bisschen weiter weg. Ich stehe auf meiner neuen... Einmal hört ihn gar nicht. Dance, man hört mich gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Man sieht mich gar nicht. Ui! Wie man sieht mich gar nicht. Nein, TS sieht man hier nicht. Guck mal, Dance! Oh, ein Gurkenkopf. Aber der Ton vom Spiel ist ganz schön laut. Der Ton vom Spiel ist noch zu laut. Moment, das mach ich. Das kontrolliere ich auf meine Füße. Verdammt! Du kannst laufen. Zum Zocken braucht man doch nur Hände. Ach, verdammt. Jedenfalls, wir machen ein bisschen Step Power heute. Ich wollte ja mal ein bisschen trainieren, habe ich natürlich nicht gemacht, deshalb bin ich total un... Tja, leiser geht nicht, wie ihr seht. Exit. Dancing Proof. Warum streamst du, sagt der Philipp. Ich streame, weil der Postbote gerade gekommen ist mit meiner Dance-Matte. Und ich jetzt im Moment nur diese Perspektive anbieten kann. Aber hier unter mir liegt eine Matte, wo ich drauf treten muss. An den unterschiedlichen Ecken, um dieses Spiel zu spielen. Und deshalb streame ich einfach mal. So, komm ich zurück mit Select wahrscheinlich, oder? Ne, natürlich nicht. Da. So, alle MTS sind schon leise und sehr gespannt anscheinend. Machen wir mal einen Game-Start. Übrigens ganz toll mit den Kopfhörern auf den Ohren. Wodurch ich dann natürlich totale Bewegungsfreiheit habe. Sechs Panels, Single. Wir machen erstmal nur vier Panels, ne? Sechs Panels hört sich ein bisschen schwierig an. Heavy erstmal. Beginner. Let's Move. Was haben wir für Mucke? Komm, wir machen am besten direkt so einen Asia-Song. Ich seh da nämlich schon ein Schriftzeichen. Tanz Walzer, alleine. Nein. Erstmal muss ich ausleben, wer ich bin. Guck mal, das ist doch Prinzessin Peach, oder? Sherry, das bin ich. Das hört sich... TTA Club Mix. I believe in you. Mein Gott, das sind alles auch noch Cover-Versionen. Von was ist denn dieses Opening? Das ist bestimmt so ein 5-Minuten-Techno-Mix. Komm, wir machen einfach random. Und ich komme auf SOS. So, man kann noch Optionen einstellen wie Geschwindigkeiten. Ich gucke jetzt einfach mal. Ich habe es nun noch nicht gespielt, großartig. Okay. Boah, bin ich müde. Übrigens, oben steht's schon. Ich werde schon versagen. Weil ich einfach zu schnell bin. Ich kann mal nur so viel Langeweile haben. Boah, ich werde besser. Das ist nur so ein Slow-Mo-Move. Ah, nein! Verdammt! Ich werde noch... Ich werde noch nicht すgen. Ich werde noch nicht zu schnell. Ich werde noch nicht auf einer Jockey-Zone besser zum Erdogan. Es ist nicht so ein Sympto-Move. Ich werde noch nicht auf einer Jockey-Zone besser zum Erdogan. Geil, ihr habt jetzt schon wenigstens geschafft. Harte Lust durch die Nacht in den Kommentaren. Es ist warm übrigens, aber ich habe es noch überlebt, am besten gehen wir mal in die DDR-Hits auch rein, weil da stelle ich mir vor, das kann nur geil werden. Wie komme ich in eine Szene zurück? Ach Scheiße, jetzt habe ich das gestartet. Ach, ich muss mehrere Stages schaffen. Genau, die schwule Prinzessin. Am besten wirkt sich gar nicht. Ich bin für nicht fertig. Der Puch ist schon kaputt. Der Puch ist besser. Also das Video, das schicke ich noch zu Detlef D rein. Verdammt! Also meine Tochter guckt schon mal ganz gespannt. Die überlegt sich auch, die lernt lieber was richtiges. Lern lieber was wichtiges, sonst müsst ihr auch rumtanzen. Lern lieber was richtig zu tun. Proof mit Workout. Verdammt! Und nein, ich tanz nicht an der Disco! Es gibt nur eine gute Nachricht des Tages. Wenn ich nicht tanze, dann wäre ich besser. Und jetzt kommt der schnelle Part, oder? Oh nein, das war es schon, Gott sei Dank. Wie viel muss ich eigentlich machen? Nach zwei Streaming schon wie nach 20, ey. Da kommt das Alter durch. Hätte ich mal doch trainiert, ey. Boah, das 160 Flixi-Minute hat das. Oh, komm ey, danach kann ich mich schlafen, ey. Ja, kann ich nicht. Oh, sie macht den Stage auch noch. Final Stage! Ja. Goh, die geht mir schon zu sehr ab, die Prinzessin. Smart Style macht Beethoven Bier. Was ist das für ein Ding? Scheiße! Ach du Kacke! Da geht er ab, der Proof. Verdammt, ich weiß nicht, wer überhaupt ein Zeichen machen muss. Irgendwie sowas. Fast perfekt. Meine Tochter, die tut schon sabbern schon, weil er so sexy tanzt. Hä? Ja? Grinst du? Schieb mich bitte wieder zu uns. Nichts mehr. Das machst du super. Manchmal sehe ich deinen Grails. Aber nur selten. Das sieht aus. Er lacht so, gell? Ja? Oh, Jemini. Ich hoffe, das hat irgendwer mitgeschnitten. Das müssen wir Traycena zeigen, ey. Oh. Und nur 14 Zuschauer. Bei dem atemberaubenden Tanzen. Was ne Arbeit. Und er ist erst mal auf den Boden geflogen. Wie geil. Jetzt mach ich noch ein einfaches. Prof, ich empfehle dir mal Zumba zu tanzen. Zumba. Ja. Und danach geht es erst mal drei Tage in die Eistonne und dann sehen wir weiter. Das will ich aber sehen. S-M-Max. Hi schwarzes Weißbrot. Sonja, grüße an dich. Komm, wir machen mal einen DDR-Mix. Das hat der Robi die Katz auch grad schon mal gemeint. Das ist doch bestimmt super geil. Das ist so geil. Das ist so geil. Mal gucken, was für Charaktere gibt's. Ah, guck mal. Wie von YMCA. Er hier. Der Dread, der moderne YMCA-Tree. Komm, wir machen hier, der aussieht wie so der Playboy Number One. Puh. 190 BPM. Da geht's drauf. So was Schnelles gab's in der DDR, das gibt's ja gar nicht. In der DDR war die Masche unglücklich. Hallo, habt ihr in der DDR nur Disco? Ah, guck mal. Obwohl... Ich muss irgendwas machen, was vielleicht nicht bei YouTube gesperrt wird. Oh ja, genau. Oh ja, guck mal. Alter. Guck mal, so ne Flex. Das hat so wenig BPM, das schaff ich. BGF, was war das denn? Max Unlimited hatte 320? Ja. Da geh ich kacken. Auf Max Unlimited, ey. Da fällt mir ne Wurst aus der Hose. Komm, das wollen wir jetzt mal sehen. Max Unlimited. Ja, wer ist der coolste? Sag das Kind jetzt. Dura und Dura. Oh mein Gott, geht der ab da. Ja. Ja. Oh, jetzt gehen sie nochmals langweilig aus, oder was? Ja, weil, ey. Langsam. Verdammt. 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 Verdammt, da muss ich da vorne hüpfen. Ach verdammt, da muss ich da vorne hüpfen. Wie der. Meinst du das hier? Den hab ich nicht geschafft. Da muss man echt mal üben mit. Muss man einfeiern? Warte. Puh, Puh, Puh. Ach, genau andersrum. Ich glaub, der Nele hat schon ihren Held gefunden. Schmeck ich das Schweiß auf meinen Lippen? Ich glaub schon. Huch. Ich hab das halt aus der Wüste. Huch. Alles nur für euch. Romans, wozu man gezwungen wird ist mein Bestes. Weiß'n weiße ein Experiment. Dance und Pump, weiß'n Pump. Pump ist Pumpen, oder was? Das macht mir ein bisschen Angst So, das war der ganz kurze Stream für Stepmania Wo ich meine Decke Eingeweiht habe Schön Ich sag Bis nach dem Baden Und bis zum nächsten Mal Wenn ich das alles ein bisschen anders baue Dann sieht man die Matte nämlich Und das Spiel Beziehungsweise spielen wir dann was anderes Es gibt nämlich auch andere Spiele mit der Dance-Matte Und die würde ich mal alle durchgehen Gut Schön, dass ihr dabei wart Oh, ich habe ja keine Farbe mehr Und eine Sauerstoffflasche